Hey, na, wie geht's? Die meisten würden jetzt standardmäßig antworten, hey, gut, alles bestens, passt schon. Meistens passt das auch. Aber als Nice Ones möchten wir natürlich wissen, wie geht es dir wirklich? Denn die letzte Zeit war für viele nicht einfach und in jeder Hinsicht besonders. Also, jetzt Hand aufs Herz. Wie ist es dir ergangen? Was hast du erlebt? Was waren die Highlights? Was macht dir aber vielleicht auch Sorgen und beschäftigt dich noch immer? Lasst uns ehrlich auf die Frage, wie geht es dir antworten? Wenn's dir gut geht, super, wie schaffst du das? Und wenn's dir nicht okay geht, ist es völlig okay, wenn du darüber sprichst. Lasst uns gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren. Aber wenn das noch nicht ausreicht, dann sind wir für dich da. Mit echter Unterstützung. Zusammen sind wir stark. Und als Nice Ones immer füreinander da. Auf niceones.de oder auf Instagram. Vielen Dank. Ich bin dank. Vielen Dank.